Hallo zusammen, ich begrüsse euch ganz herzlich zu meinem neuen Video. Heute gibt es wieder mal ein Video von Wohlig. In nächster Zeit lernt ihr ihn ein bisschen öfter sehen, denn er ist jetzt drei. Und heute steht sein Fältest an. Ich persönlich war noch nie in einem Fältest. Alles was ich so weiss ist, er findet eine Nouvelle statt in seinem Stau. Und als erstes ist eine Exterieurbeurteilung, dann fahren und dann reiten. Ich hoffe ich kann ein bisschen mitnehmen, denn ich habe nicht selber reiten oder fahren oder so. Sollte es eigentlich gehen. Und ich weiss noch nicht ganz, wie ich es mache. Vielleicht ein bisschen Einblendung oder so. Was es dann auch für Noten gegeben hat. Mal schauen, ob ich es eigentlich selbst am Schluss. Sie werden es dann sehen. Ich wünsche euch jetzt viel Spass bei diesem Video. Pflrais Corneln Söpien Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020